Tragödie an der Grenze. Zwei Tote in einem mit Flüchtlingen überbesetzten Kastenwagen im Burgenland. Der Fahrer ist auf der Flucht, es läuft eine Großfahndung. 3G im Job, genesen, getestet oder geimpft gilt bald auch am Arbeitsplatz. Die Maßnahme soll zum Impfen bewegen. Und die Zukunft des Studierens. Corona hat gezeigt, dass an den Hochschulen sowohl Präsenz als auch Online-Lehre Vorteile hat. Die Bildungspsychologin Christiane Spiel ist mit einer neuen Studie unterm Arm bei uns im Studio. Dienstagnacht, 11 Uhr. Wir melden uns mit dem neuesten Stand der Nachrichten. Ganz herzlich willkommen dazu. Furchtbare Erinnerungen an die Flüchtlingstragödie von Pandorf weckt heute der Fund von zwei Leichen in einem Kastenwagen an der österreich-ungarischen Grenze im Burgenland. Dieses Mal konnten 27 Menschen lebend befreit werden. Für zwei kam aber wie gesagt jede Hilfe zu spät. Der Fahrer, sprich der Schlepper, ist auf der Flucht. Seit Stunden läuft eine Großfahndung. Heute, kurz vor 13 Uhr im burgenländisch-ungarischen Grenzgebiet, auf einem Güterweg in der Siegendorfer Pusta, halten Bundesheersoldaten einen Kastenwagen an, der ihnen verdächtig erscheint. Der Lenker ergreift sofort zu Fuß die Flucht. Nach ihm wird bislang vergeblich gefahndet. In den Kleinbus sind 29 Männer gepfercht, offenbar Syrer und Kurden. Zwei davon sind tot. In diesem, vor allem in diesem Segment der Schlepperei, in diesem brutalen Segment, drängen sich unweigerlich Gedanken auf zum Jahr 2015. Es ist aber auf der anderen Seite zu sagen, es ist natürlich absolut nicht miteinander vergleichbar. Aber auch damals sind viele Menschen ums Leben gekommen. Heute hat es zwei Menschen getroffen. Jeder ist natürlich zu viel. Seit der Tragödie von Pandorf 2015 mit 71 Toten habe sich von Seiten der Politik nicht viel verändert, beklagt der Migrationsforscher Gerald Knaus. Es ist uns bis heute nicht gelungen, die Verzweiflung und auch das Geschäftsmodell der Schlepper zu beenden. In diesem Fall besonders tragisch, weil es sich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit um Menschen handelt, die bereits in der Europäischen Union waren. Um die Schlepperei wirksam zu bekämpfen, braucht es eine geordnete und tragfähige Lösung des Flüchtlingsproblems, so Knaus, wenn schon nicht auf EU-Ebene, dann zumindest unter den EU-Ländern, die am meisten betroffen sind. Berichtet Johannes Perterer. Wir wechseln zum Thema Corona. Da kommt jetzt auch am Arbeitsplatz die 3G-Regel, sprich geimpft, genesen oder eben getestet. Die türkis-grüne Koalition hat sich diesbezüglich jetzt doch mit der SPÖ verständigt. Sonst hätte sich das Ganze um weitere acht Wochen noch verzögert. Im Gegenzug wird der SPÖ ihr Wunsch erfüllt, dass betriebliche Tests auch nach Ende Oktober noch gratis bleiben. Es kann ja nicht sein, dass jemand dafür zahlen muss, dass er arbeiten darf und zur Arbeit gehen kann. Die 3G-Verordnung soll schon in den nächsten Tagen, heißt es, kommen. Ja, auch an den österreichischen Unis gilt schon jetzt großteils 3G. Die meisten Studierenden haben ihre Uni ja schon zwei Semester lang nicht mehr von innen gesehen. Eine neue Studie der Uni Wien mit 1700 Befragten zeigt jetzt, dass die meisten damit sogar ganz gut zurecht gekommen sind. Was das für die Zukunft des akademischen Betriebs bedeuten könnte, darüber sprechen wir jetzt gleich mit der Studienautorin persönlich. Zunächst aber die Ergebnisse der Befragung zusammengefasst von Bernadette Ritter. Studieren während der Pandemie. Laut einer Studie sind neun von zehn der Studierenden mit dem Online-Lernen gut zurechtgekommen. Einen hohen Stellenwert hatte dabei vor allem das persönliche Engagement der Lehrenden. Mittelmäßig gut hat die Organisation des Lernens funktioniert. Jeder Zweite hat täglich fixe Lernzeiten eingeplant. Je besser das geklappt hat, desto motivierter waren die Befragten auch. Laut Studienautorin Christiane Spiel sind vor allem Lern-Erfolge beim Distance Learning wichtig. Auch in Zukunft wünscht sich fast die Hälfte der Befragten eine Mischung zwischen Online-Lehre und Präsenzunterricht. Jeder vierte möchte keinen Online-Unterricht mehr. Es müsse versucht werden, die Vorteile der Online-Lehre mit den Vorteilen der Präsenzlehre zu verbinden, so die Studienautorin. Zum Beispiel, dass Vorlesungen online kleinere Seminare aber im Präsenz abgehalten werden. Ja, und wie das in der Praxis aussehen könnte, darüber sprechen wir jetzt mit der Studienautorin Christiane Spiel, Bildungsforscherin an der Universität in Wien. Herzlichen Dank für späte Kommen noch, Frau Spiel. Guten Abend. Also, was heißt das denn jetzt für den Lehrbetrieb an den Hochschulen und Unis? Kann man aus Ihrer Studie da eine generelle Handlungsableitung herauslesen? Generell vielleicht nicht, aber man kann vielleicht viele Informationen daraus ziehen. Denn auf der einen Seite gibt es ja Studierende, die sagen, ich bin eigentlich ganz froh darüber, dass es Online-Lehre gibt. Ich erspare mir die Fahrzeiten, ich kann mir meine Zeit besser einteilen. Aber es gibt eine andere Gruppe, die sagt, ich möchte unbedingt Live-Lehre haben. Ich möchte Face-to-Face-Lehre haben. Und ich glaube, man muss hier einen guten Kompromiss finden, der auch damit zu tun hat, wie ich das didaktisch-pädagogisch am besten umsetze. Weil Sie gerade die Studierenden angesprochen haben, die gerne in der Uni sind und Face-to-Face studieren. Hochschulen waren zumindest vor Corona immer auch ein Hort der Begegnung. Da hat man nach der Vorlesung noch in der Mensa diskutiert über die Inhalte, hat gemeinsam auf den Bibliotheken gelernt. Hat dieser Austausch im letzten Corona-Jahr gefehlt? Ja, sicher hat er gefehlt. Aber ich glaube, was sehr wichtig ist, das zeigt ja auch unsere Studie, dass die psychologischen Grundbedürfnisse erfüllt sind. Das ist das Grundbedürfnis nach Kompetenz erleben, nach Autonomie und nach sozialer Eingebundenheit. Und daher wäre es sehr wichtig, dass die Lehrveranstaltungen diese Bedürfnisse auch mit berücksichtigen. Also sprich, ich kann auswählen, welche Themen ich bearbeite. Ich mache auch, wenn es online ist, Gruppenarbeit und natürlich besonders gerne live. Und die Aufgabenstellungen sollten halt so sein, dass man sie schaffen kann, Kompetenz erleben. Sie sprechen da eine große Flexibilität an. Kann man so etwas, Sie sind selbst auf der Uni Wien, das sind riesige Organisationen, zum Teil chronisch unterfinanziert, was man so hört. Können solche Organisationen so eine Flexibilität überhaupt bieten und sich auch leisten? Ich glaube schon, dass das geht. Wir haben ja verschiedene Veranstaltungstypen. Zum Beispiel bei Vorlesungen hat sich mittlerweile schon sehr gut eingebürgert das sogenannte Flipped Classroom-Modell. Sprich, Studierende erarbeiten den Stoff auf Basis von Unterlagen und man trifft sich dann mit den Lehrenden, um Fragen zu diskutieren, um Beispiele zu bearbeiten und so weiter. Und in Seminaren natürlich, da ist es sicherlich weiterhin sehr wichtig, dass man live dran ist. Bildung ist ja auch im Jahr 2021, bald 2022, auch in Österreich immer noch oft mit der sozialen Herkunft mehr oder weniger verbunden. Hat das Corona nicht noch weiter verschärft? An den Schulen zum Beispiel merken wir sehr wohl, dass da viele Kinder tatsächlich auch abgehängt wurden, bildungstechnisch. Wie ist das an den Unis, an den Hochschulen? Vielleicht nicht ganz so stark, aber auch hier spielt natürlich der Hintergrund der Familie eine große Rolle. Auf der einen Seite, was kann ich mir leisten? Und es haben auch die Studierenden in früheren Erhebungen zum Beispiel angegeben, dass sie jetzt Probleme haben, weil sie ihren Job verloren haben. Und das heißt auch, dass sie Probleme haben, sich selber zu finanzieren und dadurch auch eine Stresssituation für sie entstanden ist. Das betrifft einmal die Ausstattung. Und das Zweite ist natürlich, wenn ich in einer Familie bin, wo die selbst studiert haben, die Eltern, kann ich mich vielleicht da mit ihnen austauschen und auch vielleicht Unterstützung bekommen, wenn ich irgendwo Probleme habe und gerade noch am Beginn des Studiums bin. Was muss die Politik, was müssen die Verantwortlichen bieten, damit sozusagen das Beste aus beiden Welten, wie Sie es aus Ihrer Studie herauslesen, auch tatsächlich umgesetzt werden kann? Also ich glaube, die Universitäten sind ja autonom. Und sie sind froh, dass sie autonom sind. Und das je nachdem mit Blick auf ihre Zielpopulationen gestalten können, also auch die Lehre. Aber man braucht natürlich auch eine spezielle Finanzierung. Und wir sehen natürlich schon, dass wenn wir in manchen Studienrichtungen sehr viel Vorlesungen haben, vor allem im Bachelor und nur relativ wenig Seminare, dass das für Studierende schon herausfordernd und schwierig ist. Also hier sollte man überlegen, ob man nicht die Möglichkeit schafft, dass auch mehr Veranstaltungen sind, wo die Studierenden sich aktiv einbringen können. Und das hat mit Geld zu tun, natürlich. Bildungsforscherin Christiane Spiel, ich bedanke mich recht herzlich für das späte Gespräch. Gerne. Und wir haben das Interview aus Zeitgründen eine Stunde vor der Sendung heute aufgezeichnet. Allerheiligen ist bald Halloween für viele, auch in Österreich. In den Kinos läuft diese Woche der mittlerweile zwölfte gleichnamige Horrorschocker an. Hollywood-Legende Jamie Lee Curtis ist seit über 40 Jahren dabei. 1978 ist sie zum ersten Mal auf den Killer mit der weißen Maske gestoßen. Mittlerweile dürfte der also ebenfalls älter geworden sein, aber sicher noch lange nicht altersmilde. Schon mehr als 40 Jahre treibt Michael Myers sein Unwesen. Jodie Strode, wiedergespielt von Jamie Lee Curtis, ist fest entschlossen, dem Killer mit der weißen Maske ein Ende zu setzen. Ich will ihm die Maske runterreißen und zusehen, wie sein Leben erlischt. John Carpenters Halloween-Klassiker aus dem Jahr 1978 hat mich sehr geprägt und mich in das Genre des Horrorfilms eingeführt. Für Jamie Lee Curtis hat ihre Filmkarriere 1978 mit dem Horror-Klassiker von John Carpenter begonnen. Nun zeigt die Rolle mehr Selbstbewusstsein. Ich finde, Laurie Strode hat immer eine große Ehrlichkeit und Tapferkeit gezeigt. Für mich ist sie eine Heldin, mit der man nicht von Anfang an gerechnet hat. Sie ist zu einer Kämpferin geworden und sie hat nun auch Unterstützung. Das war früher noch nicht so. Geplant ist übrigens noch ein weiterer Teil der Horror-Reihe. Fest steht, ein Gänsehaut-Garant ist Halloween-Kills allemal. Keine Gänsehaut, Gott sei Dank, bringt das Wetter morgen. Viel Sonne. Morgen in ganz Österreich. Frühnebelfelder lichten sich rasch mit auflebendem Südwind. Wird es föhnig und am Nachmittag sogar wieder sehr warm mit Höchstwerten zwischen 19 und 23 Grad. Am Donnerstag kühlt es dann mit Regenschauern wieder etwas ab. Auch wenn es am Freitag dann wieder sonniger wird, bleibt es aber weiterhin kühl. Soweit der Stand der Dinge für den Moment für heute. Eine feine Nacht noch für Sie und bis morgen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020